Okay, also wir sind schon in der Namek-Sage, ich weiß, das ging fix. Wir sind nicht nur in der Namek-Sage, sondern wir sind nicht nur in der Namek-Sage. Wir sind nicht nur in der Namek-Sage, sondern wir sind nicht nur in der Lage, das wir sind. Wir sind nicht nur in der Namek-Sage, sondern wir sind nicht nur in der Namek-Sage. Wir sind nicht nur in der Namek-Sage, sondern wir sind nicht nur in der Namek-Sage. Wir sind nicht nur in der Namek-Sage, sondern wir sind nicht nur in der Namek-Sage, sondern wir sind nicht nur in der Namek-Sage. Wir sind nicht nur in der Namek-Sage, sondern wir sind nicht nur in der Namek-Sage. Wir sind nicht nur in der Namek-Sage, sondern wir sind nicht nur in der Namek-Sage. Wir sind nicht nur in der Namek-Sage, sondern wir sind nicht nur in der Namek-Sage. Wir sind nicht nur in der Namek-Sage, sondern wir sind nicht nur in der Namek-Sage. Wir sind nicht nur in der Namek-Sage. Wir sind nicht nur in der Namek-Sage, sondern wir sind nicht nur in der Namek-Sage, sondern wir sind nicht nur in der Namek-Sage. Wir sind nicht nur in der Namek-Sage, sondern wir sind nicht nur in der Namek-Sage, sondern wir sind nicht nur in der Namek-Sage. Wir sind nicht nur im östen drücken, um den Struggle auch zu gewinnen. Wir werden aber die Hände, also die-ja doch. Das Handgelenk wird mir davon müde irgendwie. Aber was soll ich machen? Komm schon! Geht doch! Ah. Geht das aber mit den Schultertasten? Nein. Ich sehe schon, ich tasse hier selber. Zehnfache Kajouken. Gehe an deine Grenzen, um die Angasker zu erhöhen. Kann man so sehen, aber das betrifft fast jede Kajouken. Du bist bald auf Namek. Nutze das bisschen Gesundheit, dass dir noch bleibt, um den falschen Aeta zu besiegen. Bring alles zusammen, achte auf Ausdauerkämpfe vorsichtig. Okay, also wir haben jetzt die 2- und 5-fache Kajouken, Kamiamiha, Zanku-V, ständige Kamiamiha und den Drachenwurf, der ist neu. Unser Griff quasi. Hey! 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 Falsch. Es gibt ja noch die 20-fache Kajouken. Okay, magische Bohne, das ist Sensu-Bohne. Der Tod ist wieder zum Leben erweckt. Joa, halbtot. Wenn er tot ist, dann kann er die auch nicht schnucken und dann hilft es eh nichts. Man, go go. Magisch! Geh! La- Ich warte. Da- K Kat, Ich bin. dass die Nase-Fressen hat gewonnen. Erstmal, die Fluse der Fluse der Fluse-Fressen sind und sie über die Fluse-Fressen sind. Dies war der Fluse-Fressen-Fressen, als Fluse-Fressen-Fressen, der Fluse-Fressen von Fluse-Fressen hat sich aus der Fluse-Fressen-Fressen. Ich habe nie gesehen, dass Vegeta da so gesabbert hat. Tja, wenn Tsogoku wüsste, dass er da quasi zu einem Demi-Gott geworden ist, einfach nur weil er bei hundertfacher Schwerkraft trainiert hat. Ihr habt gut gearbeitet, ne? Dann lass uns das. Dann werden wir uns verletzen. Tja, du bist ein Mann. Wir werden uns verletzen, oder? Wir werden uns nicht verletzen. Ich weiß nicht, dass wir uns verletzen. Was ich sagen muss, ich liebe es, wenn Tsogoku so cocky ist. So selbstbewusst. Goku hat seine ganze Power wieder. Das fünffache Kaioken. Aufgrund seiner Moose hat sich nicht geändert seit dem letzten Mal, also seit dem Kampf gegen diesen falschen Vegeta. Aber Raccoon wird keine Herausforderung mehr. Ich finde, dass sie das Alarm des Z��의 Karates marken kattet. Du bist der Knau mit den Schweren geändert. Du bist der Knau mit den Schlwenden. Du bist der Knau mit den Schweren. Du bist der Knau mit den Schweren mit den Schweren. Und dann hast du Ansicht nach den Schweren. Spannende Musik Das ist der Anfang der Pain in the Ass Saga, wo Vegeta bei jedem scheiß Superzeichen sagt Mach dich bereit zum Sterben! Hiya! Obwohl das eher Freezer war, dieses Hiya. Ich habe mich nicht mehr als die Kraft und die Kraft und die Kraft haben. Ich habe mich nicht mehr zu gewinnen. Ich weiß nicht. Okay, wir gehen! Der Dragon Ball hat mich! Ich bin der Bedeutung! Ich liebe dich! Slidge Move! Das ist Captain Ginyu, wie stark ist der? Also ich höre ein bisschen lauter, wenn ich mich gerade zurücklehne und ich weiß, das Mikrofon nimmt das dann nicht mehr so gut auf. Aber du willst doch meine Kajucken sehen, Bitch. 180.000? Das ist ja, was ich zufrieden. Das ist ja, was ich zufrieden. Das ist ja, was ich zufrieden. Das ist nicht so, was ich zu sagen. Aber wenigstens ist es, als ich zu weit entfernt. Hahaha. Ich bin der Körper! Was ist das? Tcherns! Hahaha. Ich bin der Körper! Ich bin der Körper! Das ist immer noch einer der krassesten Moves eigentlich. Super Drachenfaust, Gegner mit repressiver Kraftangreif. Einen Kommentar, schaut. Ist Son Goku Ginyu oder ist Ginyu Son Goku? Beherrsche den Körpertausch Ginyu und mache Son Goku nieder. Kannst du so kämpfen, nutze die feindlichen Skills. Und Ginyu beherrscht Powerquetsche, Parmesanregen und Ginyu Strike. Also fast gar nichts, literally. Stop. Das ist ein Schmerz. Pass. Das ist ein Schmerz. Die Krassens geht weiter. Geben seine scheiß Moves, Mann! Ach so. Necker. Ey, pisse dich, Goku! Achtung! I'm here to find out that I can kill you! I'm here to find out that I can kill you! I'm here to find out that I can kill you! Ginyu, ich bin Ginyu, Anführer der Ginyu, so Spezialeinheit bzw. des Sonderkommandos. Aber jetzt wird's spannend, jetzt kommen die Kämpfe gegen Freeza. Ginyu, ich bin Ginyu, ich bin Ginyu. Ginyu, ich bin Ginyu, ich bin Ginyu. Und zu den Zeitungen haben wir zu Goku den größten Senkai-Boost aller Zeiten enthalten und das ist einfach behindert. Ginyu, ich bin Ginyu. Ginyu, ich bin Ginyu, ich bin Ginyu. Ginyu, ich bin Ginyu, ich bin Ginyu. Ginyu, ich bin Ginyu. Ginyu, ich bin Ginyu. Ginyu.